so ist schon wieder habe ich mal geguckt hier in zeitung gelesen bzw war geflunkert hat mich einer hier noch angesprochen muss auch umweltbewusst leben und so noch habe ich gefahr war mainz hat da gesagt man muss mal aufpassen hat da hier fernseh geguckt mit die wahlfische und die kriegen zu viel co2 und weiß ja und dann kratzen die alle ab und dann ist kein wahlfisch mehr in dem meer und das ist ja schade da muss man was machen aber ich habe ja geguckt hier ich tue mich ja schon bis gehen engagieren weiße mit den co2 ich mache ja da bin ja dabei weiß ich habe ja hier auch mit mein telefon hier ich habe ja tarif bei co2 und kann da auch feste um telefonieren und vielleicht kriegt der wahl dann auch noch stücken abweißen an dieser nicht gleich tot ich glaube ich du klein mal telefonieren mit irgendeinen von hier von der rathaus oder hatte ich da der auch bescheid weiß und andere sagen so hier mit einfach der wahlfisch anrufen so tat war der massage fertig